2x notizen what the fuck hat er da gemacht fühlt sich wie stache stecherplan aber weniger pappmaul herzrasen ängste und mehr halluzinationen rohe ganz sicher eine höhere überdosis menge veränderte stecherplan plus additive in der verfeinerung welcher pflanzenanteile werden benutzt ergebnis der zerstörung getrocknete blätter in tinktur plus damen extra in den alkohol wirkung ähnlich aber nicht zu 100% vielleicht mehr hykokasmin experiment 22 1 uneindeutig und Ich bin der Autor, ich bin der Autor. Oh no! Hör ich! Hör ich! Hör ich! Hör ich! Hör das Wort der Fahrt nach Eden, steht all denen offen, die Faith, Flower, Clown und den rechten Glauben haben. Schlicht euch eurer Fäustern an diesem Schrein an, um Joss es überhaupt zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Bis zum nächsten Mal. tier geschlagen so schönes schweinchen ich hatte keine zeit mehr für testreihen wie auch immer du hast es nüchtern gemacht also gebe ich dir jetzt ein bisschen speed also nicht speed speed klar ich nenne es schneller marken einmal eins einfache prägnante namen wie orange ich meine orangen sind einfach nur orange weißt du wer sich das ausgedacht hat ein genie spritz dir was lauf die strecke schießt auf die ziele boxt die schweine ganz einfach und keine scheu wegen der schweine sie haben es verdient sie wissen schon warum also schön wir haben nicht den ganzen tag zeit mach hinne hatte mich mal gespannt die wix und diesen kram den ich mein vater sagen will wenn ich ihn sehe du meinst dass ich hier alles um einmal amlet dreht aber das sind nur 35,3 prozent davon ich war der schüler aber ich werde der meister sein ich bin dichter den ganzen scheiß von dir ungeschehen ungeschehen zu machen als jemand vor du warst viel zu machen und ich verstehe warum sie sich verlassen hat die reise nach kanada hat gar nichts besser gemacht denn die welt endet ist das keine entschuldigung man ich werde dein fett nachmachricht die im nürnberger prozess machen die die Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich kann es nur immer wieder sagen Fabazeutika sind die perfekte Lösung für jedes denkbare Problem Wenn du wieder was brauchst, das Rezept für schneller gehört dir Befolge es genau, ich bin nicht schuld, wenn du es vermasselst So funktioniert Wissenschaft Also, ich verrate dir mal ein Geheimnis Ich arbeite daran, meine Produktpalette zu erweitern, weißt du? Nur eine kleine Sache, mit der sich mehr Körperkraft erzeugen lässt Du wirst so stark wie zehn Männer Oder vielleicht wie vier richtig starke Männer Schneller Abgeschlossen Sinnpft Ich könnte ein Comic-Paket verkaufen Bilder und schneller Klingt doch prima, oder? Ah, sehr gut Halt, 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 halt Das wird gut Ich bring dir bei, wie du wirklich, 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 wirklich Wirklich, 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 wirklich verdammt hart zuschlägt Denkst du auch manchmal an Urzeitkrebse? Mann, auch egal Ah, sehr gut Das wird eine prima Dosis Ich hoffe, du kriegst keinen Herzanfall Ah, shit Hab ich das laut gesagt? Ah, shit Bilder Das ist der Markenname, okay? Mach deine Muskeln zu Stahl Damit kannst du einem die Seele aus dem Leib prügeln Bam! Hey, lass es uns testen, ja? Geile Scheiße Box die Ziele mit deiner Götterhand Box sie in die Feuergrube, okay? Box sie so hart Das ist all die schrecklichen Dinge, die mein Vater getan Und all die Leben, die er ruiniert hat, wieder gut macht Ich, äh Ah Tut mir leid Lass uns einfach anfangen Okay Okay Ah 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ARGH! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! 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 Bilder waren nicht tödlich. Ich schulde Red Bull fünf Mäuse. Wow, wow, wow. Ich habe noch nie einen so wilden Kampf gesehen. Das war brutal. Du bist ein Monster. Ich bin so froh, dass Bilder gewirkt und dich nicht umgebracht hat. Das Rezept gehört dir, Deputy. Nutze es zum Guten oder zum Schlechten, wenn du willst. Keine Ahnung, aber vielleicht eher für was Gutes, oder? Ich will nur wiedergutmachen, was passiert ist. Und ich glaube nicht, dass ich sonderlich gut dafür geeignet bin. Aber vielleicht du, hoffe ich. Es sei denn, du wirst getötet. Dann wohl nicht. Wir haben immerhin reparieren gelernt. Selbst wenn man genug Geld hat, kann man... ... ... ... ... ... ... ... ...